hallo ist mein erstes highlights video wenn ihr feiert was ich hier tue lasst eine bewertung da drückt den daumen hoch und seid geil wollen wir die wirklich leben an ich komme jolo jolo das hat überhaupt keine manna nein was so was genau so was genau so was noch einen out-hut machen können ja schon vorbei was alter hast du es dann hast du sag doch was oh man gut zu wissen warte warte ich lass dir einen stehen ok dass wir den lassen alles gut willst du den top lane farben nehmen rip that shit die war glaube ich einfach nur salzig ok los one shot sie nein schade ok oh was was wollt ihr mich verarschen was ist das denn ich habe vielleicht doch nicht verlorent und den app ist abgekommen leute wir sind safe das ist durchgelaufen und dieser los war scheiße ich bin nasos ich verklopfe sogar noch deinen scheiß dubel glaube ich ich glaube wir haben jetzt den großen teil weg die sind alle gebannt ja da kommt noch ein paar aber ich bin ich habe flinke finger wurde mir bestätigt mehrmals ja bei mir dauert das ein bisschen ich hab's nicht mitbekommen was hat er gesagt die arschlöcher ich bin ja auch hier mir halt eure freste sag sie mir einfach ich habe es vergessen danke weil du geschrien hast ja toll was weiß nochmal keine ahnung wir können das noch gewinnen ist kein problem ja wenn unsere dämtliche bähne du kleiner Ok nein, lass mich, lass mich, war nur ein Bait. What the fuck? Missy, mach was. Was, was macht meine Verwand... Was macht meine Spinne? Sie läuft einfach rechts um den Mord rum. Nein, ich komm mit. Ich will auch kill. Warte, warte auf mich! Ich kann's fetteln. Lass mir einen Kill! Nein! Ich weiß die Augen, okay man. Ey, ey, hier. Hi. Oh nein! Oh nein! Nein! Nice! Nice! Perfektes Ende, oder? Nice! 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 Oh nein! Like Kyle zu Obama. Ich denke, für Obama kann man mal einen Daumen hoch da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. It's all! We need to know.